Viele Rätseln über das Seelenleben von Melania Trump, der Frau an der Seite des umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump. Nun hat sich eine führende Grafologin die Handschriften des Paares angeschaut. Schriftexpertin Emma Bacher ist laut des Britischen Express eine führende Grafologin Großbritanniens und schreibt sich bereits mehrmals die Handschrift von US-Präsidenten alt. Trump angeschaut. Seine Unterschrift besteht komplett aus Winkeln, er will ohne Zweifel anderen zeigen, dass er die Verantwortung trägt, ist sich die Expertin sicher. Ihre Analyse zu Trump. Er ist narzisstisch, aber nicht eitel. Habe wirklich nicht ungestimmt? Bacher ist sich sicher. Der US-Präsident schreibe sehr langsam und bewusst. Er analysiert und manipuliert und halte seine Gefühle privat. Und wie sieht es bei Melania aus? Was offenbart ihre Handschrift? Eine seltene Gelegenheit, diese. Einzusehen hatte schriftexpertin Bacher nach dem Besuch des Präsidenten Baares in Irland Anfang Juni. Bevor Trump die Insel verließ, schrieb der Präsident eine Nachricht an den irischen Regierungschef Lenk. Baratka mit den Worten, ich liebe dein Land. Auch Melania setzt ihre Unterschrift darunter Grafologin. Donald und Melania Trump werden sich immer ähnlicher, diese offenbart. Die First Lady. Scheint ihrem Mann immer ähnlicher zu werden. Melanias Unterschrift scheint die Eigenschaften ihres Mannes angenommen zu haben. Sie ist stur und zielstrebig, analysiert der Expertin. Denn wie sie ihren angeheirateten Nachnamen schreibe, zeige viel Spannung und enger Winkel. Melania hat davor kurzem etwas indirekt Gerüchten über eine Ehekrise entgegnet. Ich liebe, was ich tue. Und es sei eine große Ehre, als First Lady zu dienen. Punkt Mb. Malania. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.